Hi miteinander und willkommen wieder auf dem Bergwerk Labs Server. Ich muss ja mein Premium Status noch ausnutzen und deshalb spielen wir noch mal eine Runde Action, das ja momentan nur normale Spieler nicht spielen können. Und unser Thema wird sein Disney. Okay, da wird er alle Mickey Maus bauen. Wahrscheinlich. Und ich auch, weil ich gar nicht so viel kenne von Disney. Wir können das Schloss bauen. Weiß ich allerdings nicht genau wie das aussieht. Und deshalb machen wir halt einfach mal Mickey Maus. Zumindest probiere ich es. Aus was? Aus was? Machen wir das da. Das ist aber nicht richtig schwarz. Da nimmt man Wolle, schwarze Wolle. Mickey Maus. Der hat doch so Ohren. Ich fange einfach mal oben. Wie weit kann man den Luftbau? Ach, soweit. Okay. Äääh. Töp 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 töp. Da bin ich mal gespannt. Töp 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 töp. Töp 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 töp. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann zack, zack. So, das wäre euer Ohr. Obwohl das ja eigentlich innen drin weiß ist, oder? Ich bin schon wieder die Bildung in Person. Das ist unglaublich. Und vor allem ist das eins breiter. Eins, zwei, drei und vier. Achso, ja, natürlich vier. So, zapp, 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 zapp. Jetzt mal, was ist das? Das ist weiß da drin, oder? Weiß. So, das gleiche. Da habe ich eine Nummer. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Ja, vielleicht Nummer eins. Dann können wir noch eine Spitze machen. So, drei, vier. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Wenn das stimmt nicht. Das da geht weg und das geht weg. So. Dann machen wir es wieder so und so. Zack, 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 zack. Das wäre eigentlich erstmal egal, was dahinter ist, aber das muss schon stimmen, oder? So. Obwohl man da auch die Ecke weg lassen kann, dass es schöner aussieht von hinten. Das ist wichtig. So, sieht doch schon mal gar nicht so abgrundtief scheiße aus. Also. Machen wir da noch ein bisschen was nach, dass das gut aussieht. Zum Beispiel so. Wir gucken jetzt normal, wenn wir natürlich noch ein bisschen nach hinten gehen. Aber ich glaube vorne ist es wichtig und so unendlich viel Zeit haben wir gar nicht. Oh. Das sieht ja gar nicht mal so toll aus. Ey. Zapp, 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 zapp. Ich habe jetzt auch nicht extra geguckt. Mein Kind hat euch auch jetzt geguckt, gell. Ah, doch so schlecht sieht es nicht aus. Ist halt ein bisschen riesig, aber... Aber was solls. Jetzt wird es zu Zähne. Hoppla. Ne, lieber nicht. Dann lieber rot wie Mund. Ja. So kann man es, glaube ich, lassen. Und jetzt sind lecker. Kriegen wir nur den Körper noch. Hm. Bin mir da jetzt sicher. Eine Minute. Wir können jetzt noch, da habe ich noch geguckt, das ist die Mitte. Dass man da noch zumindest so eine Art von der Körper noch kriegt. So. Irgendwie. Tödödüm. 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 Jo. Ja. Guck. Ach, herrlich. Ja gut, arg viel mehr können wir da jetzt auch nicht mehr machen. Lassen wir es einfach so. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ach, gleich, meinst du als erstes so wahr, ja. Blenden wir mal den Chatei. Ich weiß gar nicht, kann ich meins bewerten? Ja, ich kann meine nicht bewerten. Dann habe ich das auch mal testet. Gut, ja. Immerhin. Oh, das nächste Schloss. Das war das andere, was ich gedacht habe, was man bauen kann. Ja. Hätte der oder die da vorne angefangen, der jetzt von vorne schöner aussieht. Aber, das muss ich echt sagen, das ist sehr gut. Man hat erkannt, was es ist. Ach, und der Boden hätte derjenige auch ändern können per Ding. Oh, noch mal Mickey Mouse. Ach, die Schuhe waren gelber, nicht der Knopf. Stimmt. Das ist natürlich auch gut. Machen wir gut. Obwohl, machen wir na ja. Na, machen wir na ja. Ja, das ist schon gut, muss man sagen. Aber das andere war besser. Völlig besser. Disney. Ach, das ist doch das... Das... See, wie heißt das? Was ist denn das? See und Frau Dings. Oh, gut. Ach, so geht nicht. Ach, nicht. Das ist... König der Löwen? Vielleicht? Ja, höchstwahrscheinlich. Auch schön. Auch schön. Auch schön. Muss man sagen. Ich muss mich von der Seite gucken, wahrscheinlich so. Flexo. Und der hat sogar gewonnen. Oh, sauber. Ich bin Förder. Okay. Kann ich mich auch mit abfinden. Bitte. War auf jeden Fall witzig. Mein Maus hat ihn noch mal ganz gesehen, aber man kann ihn noch mal zurückspulen. Das war ja... Naja. Ein großkopfiges Monstrum, kann man sagen. So, dann war es das auch schon wieder. Machen Sie gut. Und bis zum nächsten Mal, dass es dann wahrscheinlich nicht mehr Action sein wird. Weil, wie gesagt, mein Premium Dings abläuft. Leider, leider. Und ja. Macht's gut. Und bis dann.